Wie lange müsstest du für diese Dinge ins Gefängnis? Geldwäsche Geldwäsche in der Wäscherei, Alter 10 Jahre Es wären 5 Jahre Präsident entführt Ja, als ob es da überhaupt eine Strafe gibt, wahrscheinlich 1000 Jahre Es wäre lebenslänglich Aus dem Gefängnis ausbrechen Aus dem Gefängnis ausbrechen, das darf man noch 0 Jahre Ja, straffrei Drogenhandel Drogenhandel ist auf jeden Fall mehr als Besitz, deswegen wahrscheinlich so 7 Jahre Es sind 5 Jahre Ladendiebstahl Bisschen was mitnehmen, kriegst wahrscheinlich 6 Monate oder so Es sind 4 Monate